Heya, willkommen zurück zu Freespace, Shrouding the Light Origins, zur nächsten anderen Session, zur nächsten Mission. Beim letzten Mal haben wir, oder wollten wir eigentlich, einen Hammer of Light Koster-Gruppe zerstören. Wir wurden allerdings in eine Falle gelockt durch Geschichten von den Shivanern und so weiter und sind damit knapp einem Hinterhalt entkommen, aber haben es trotzdem halt geschafft. Ja, unseren Kreuz ohne Verluste daraus zu kommen, besser gesagt, haben keinen Kreuzer verloren. Und ja, jetzt geht's weiter mit der nächsten Mission und ja, schauen, was wir machen müssen. Also, ich würde sagen, los geht's mit der nächsten Mission. Wir müssen uns wiederholfen, um die Gehörl-Gruppe zu kommen. Wir werden die Gehörl-Gruppe auf den Schlag-Gruppe zu kommen. Wir werden uns erstatt, um die Gehörl-Gruppe zu kommen. Wir werden uns erstatt, um das Gehörl-Gruppe zu machen. Das Briefing wird die Rolle in die Zukunft der Strecke zu erfahren. Much of the construction and repair infrastructure has been destroyed by conflict between the Shivans, the Hammer of Light and the PVN, thus, our only concern is the Karnak installation at the heart of the shipyards. Naturally the Hammer of Light have barricaded themselves within the installation, and since the PVN wishes to reclaim the shipyards for future use, we cannot simply destroy the station. Aborting action is necessitated. The initial attack wave will consist of three wings, Alpha, in Osiris Bombers, Beta, in Seth Heavy Assault Fighters, and Delta, in Thoth Space Superiority Fighters. Each wing will be assigned a task. Alpha's task will be to attack and destroy any H.O.L. cruisers guarding the installation. Delta will guard them while they do this, and Beta will engage any enemy fighters present. Once Alpha has cleared out a significant portion of the cruisers protecting the shipyards, then it will be safe enough for two of our own ships, the PVC Safat and the PVC Ali, to jump in and assist in securing the area. Alpha's priority will then be to disrupt the H.O.L. control of the station by targeting and destroying the shipyard bridge. When that is done, then the Directorate will deploy Omega, a Micron and Mood transport wings, carrying the very best boarding troops the first battle group has to offer. They will secure the station and, thus, Altair for the PVN. The pinnacle will be waiting at the Aldebaran jump node for any H.O.L. ships that attempt to escape, and the rest of the battle group's cruisers will be defending our supply depots, so the success of this operation rests entirely on you, Pilots. Do the PVN proud. Yeah, that's our mission. We're going to attack the shipyard and attack them, because we're not going to destroy them, but we're going to use them for our own Zwecke. We're going to use them because of the ships that are built there and to bring the whole system into control. Yeah, so we're going to attack the shipyard first. We're going to destroy them first. We're going to destroy them first. We're going to destroy them. We're going to destroy them first, so they will be uncoordinated on board the station and we're going to enter and go to the shipyard first. Yes, so we'll do this. We're going to destroy them again, so we'll be able to destroy them again. We'll be able to destroy them again and attack them. It could be a cliffly mission. Let's look at what have we here for the shipyard. Of course, as we said before, we're flying the PVP OSIRUS. Ja, wir auch, wenn wir den Amun nehmen könnten. So wie der Amun, oder? Ja, der PBB Amun. Ja, könnten wir nehmen, aber Alpha 1 hat eh entschieden, dass wir den nehmen. Also, nehmen wir den PBB Osiris und gehen weiter mit der Waffenauswahl Waffenbestückung. Ja, ihr seht schon, das große Problem an diesem Bomber ist, dass die, ja, die Primärwaffen nicht weit auseinander sind. Ja, noch einmal beim Hobos. Das wird lustig, ja, wenn wir gegen die Giga kämpfen müssen. Ja, als Waffen haben wir hier die CTW-15 Adventure Cannon. Ja, das lassen wir natürlich so. Dann geht es weiter mit den Raketen, das war Sekundärwaffen. Ist in dem Fall 6 GTMs wie Tsunami Bomb gegen die Kreuzer und gegen die Brücke wahrscheinlich. Und zusätzlich zur Verteidigung PVM-7 Peng Missile. Was im Grunde auch eher zum Angriff auf die Kreuzer geeignet ist zur Unterstützung. Weil Giga tritt man damit wahrscheinlich eher nicht so gut, weil, ja, sind ziemlich wendig und ist eh ziemlich schwierig. Und wie ihr sehen könnt, auch ziemlich weit auseinander. Also nicht so leicht damit zu handeln, zu steuern. Ja, trotzdem machen wir das natürlich so. Und ich würde sagen, ja, wir legen mit der Mission los und schauen, was wir herein können. Also, los geht's. Okay, da sind wir jetzt hin. Okay. 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 Irgendwas zu tun. Wann ist der ist der reingeflogen in die Bombe? Ja, das passt so aus. So. Ja, das war mal ein Volltreib vor. Wir haben es besser gemacht. So. Okay. Ja, ihr seht schon, die ganzen Waffen sind viel weiter auseinander. Ja, das wird, das wird das besetzen. Der ist von hinten. Super. Da ruckelt alles. Ja, haben wir aufgefallen, mit der neuen Version läuft das Spiel nicht mehr ganz so rund. Ja, vielleicht ist er auch mal pazitisch schwach oder so. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Ja, haben wir auch erwischt. Ja. 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 Das war nicht so gut. Ja, unsere Saison sind beschädigt worden durch den, durch dieser Angriff eben von uns. Aber er kann langsam wieder erfassen. Ja, das ist der Kreuze. Das ist der Kreuzer. Ja. Das sind wir mal getroffen. So, dann müssen wir mal kurz nachladen. Aua. Ja genau, im Schutz uns eigenen Kreuzer ist das auch gut. Die machen euch schon. Es ist zu weit weg, aber ihr solltet keine Chance haben, lohnt sich auch gar nicht mehr. Aber wir hätten natürlich auch Dinge zu nehmen können, aber egal. So, machen wir ja mal so platt. So, der ist hin, gut. So, wo ist jetzt die Brücke? Kommunikation dort, die Brücke. Okay. Aua. Unsere Kollegen kümmern sich drumherum, das ist gut. Die sind auch weg. Na, gut. Wir werden beschlossen. Ja, aber sollten wir trotzdem helfen, so. Vielleicht den auch noch? Die sind so langsam. Oh. Oh. Okay. Okay. Dann geht er neben, trifft er nicht. Hoffentlich. Excellent work, Alpha. The hammer of light have now lost control of the station. Ja. So, falls Gegenangliff kommt, gleich. All requirements for beginning the boarding action have been met. Send in transport wings now. Ja. Ja. Dann komm her. Kannst gleich zu mir weiter. Da. Omega Wind here. Docking with the Carnet now. Okay. Dann haben wir wahrscheinlich... Wahrscheinlich liegen jetzt nicht mehr auf uns, weil wir keine Brücke mehr haben. Damit der Feuerbefehl rückgängig gemacht wurde. Ja. So, falls es in Gegenangliff kommt, werde ich jetzt noch freuen. The hammer of light are attacking the transports. Pilots. At least half of those ships must make it into the Carnet if we are to successfully take them home that installation. Ja, das wird natürlich lustig. Mal hier dazusehen, dass wir irgendwie... diese... gegen die Jiga beschützen. Ich meine, das ist nur Anubis, aber... Ja, das wird auch lustig. Ja. Man muss halt die Jiga nebenhalten, muss man... Man darf nicht treffen, um mich zu treffen. Man darf nicht treffen, um mich zu treffen. So. Okay. Okay. So, aber kriegen wir wohl hin. Ja, sind zum Glück nur Anubis. Keine stärkeren Jäger. Ja. Ja. Haben mir aber nichts dabei... Haben mir nichts beigetragen eigentlich. Nur Assists, was man hier gesammelt. Wenn überhaupt. Aber jetzt werden wir aber eh nichts treffen. Ja. Wollen wir auch nicht. So. Was machen unsere Fragter hier? Oder Transporter. Isis. Muuu. Kommt in den nächsten. Nochmal Anubis. Ich denke mal nicht, dass das sinnvoll ist. Ja. Ey, ich mach Abschuss. Cool. Ja. Das auch immer. Ja gut, dann werden die doch zu bisschen aufgerieben hier. Ja. Haben wir die doch gerade ganz schnell in die Tolle gebracht. So. Tja. Hoffentlich schaffen sie es trotzdem. Aber wenn das die besten Truppen sind, die diese Pflotte hat. Ich denke mal, dass unsere Aufgabe ist complete. Wie so, Alpha Leader? Surely es ist jetzt genau auf die Soldaten, die Installation abiert. Ist das nicht? Was wenn sie versuchen zu escape? Wir sehen uns rundherum. Wir haben zwei Kruisers und drei Wings guarding der Station's Fighter Bay. Es ist keine Möglichkeit, sie können über uns überrascht. Ah, ich verstehe. Huh? Aber was über die andere Fighter Bay? Äh. Jetzt. Direktor? Direktor? Äh. Okay. Gute Fighter Bay 2. Die, die, die sind auch zwei. Ha. Ja gut. Dann müssen wir zu eins. Denken ich mal, das wird doch ein Fehler sein. Weil, hier ist ja zwei. Wir sollen sicherlich zu eins fliegen. Aber mit schönen Tatten-Effekten. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wir haben noch eine zweite, wo die fliechten können. Mann, wie konnten wir so dumm sein. Mal reingucken. Hallo? Oh. Oh. Guck mal. Könnte ja reinfliegen. Ist ja bekannt. Ja, haben wir ja gemacht bei Silent Sweat. Direktor? The Rebels are escaping. Two transports and eight escape pods are making a run for the Tanite. We see and understand, Alpha. Do not engage those escape pods. They are unarmed. And we will not countenance the slaughter of the defenseless. They appear to be rallying at the cruiser. Destroy that instead. Understood. Directly. Come on, Alpha. Maybe we do still have one last task left to complete. Ja, so sieht's aus. So mache ich mich jetzt diesen Kreuzer platt. Am besten auf die Triebwerke. Kann sich auch nicht verschwinden. Was machen unsere Kollegen eigentlich? Wie folgen die uns eigentlich? Oder haben die jetzt keinen Bock mehr? Doch, greifen sie an. Aber sie sind weit, weit weg. Bis dahin sind wir schon längst mit dem Ding fertig hier. Hoffentlich. Oder wir sind gleich fertig. Kann ich auch passieren. Ja, wir werden fertig gemacht. So, jetzt sind wir schon in der Reichweite. Und jetzt eröffnet das Fire auf uns. Ist klar. Ist nicht überraschend. So, ausweichen. Na ja, mit dem Schild haben wir ja ein bisschen. Ah, jetzt sind wir schon in der Schutzbeirrfolge. Das war ein bisschen Kamikaze. Aber, es hat sich ja gelohnt. Das Ding ist mir gleich noch deaktiviert worden. So. Komm schon. Zu nah ran. Zu nah ran gewesen. Mal hinten das Schild setzen. So. So. Okay. Komm her. Komm her. So. Okay. Dann machen Sie meinen Kollegen. Die sind nun da. Gut, die sind dabei. Die unterstützen uns jetzt. Jep. Very good. Alpha. The safari nuli will take it from here. Return to base. Huh. Die Dorn sind auch ziemlich nah, ja. Und nun sind sie so schackbeschädigt. Welcher Idiot hat nie angegriffen. Oder es hat von der Explosion erst gekommen. Ja. Und die Schütztürme hat es zerlegt. Aber. Wir haben es geschafft. Ja. Wir haben aber nicht angegriffen gekriegt. Verdammt. Wir haben angefangen mit dem Angriff zuerst. Und was passiert. Ja. Und nun ist es. Na ja. Egal. Das war's. Deswegen können wir nach Hause fliegen. Also. Mit dem Blick auf die Kanax-Station. Ab nach Hause. Zu Pinnacle. Ja. Der Blight might try to evade our soldiers and flee in escape pods. He was right, as it so happens, and we thank him for that. We also thank all of you for destroying the Tenok before the pods could reach it and jump out. Without the cruiser to shelter them, the rebel leaders had no choice but to surrender. They have been taken into custody and will be dealt with in a suitable fashion by the PVE's judicial courts. Let that not distract us from our celebrations, though. Once again, Pilots, well done. Truly an excellent job on your aparts, and thank you. Ja, wir haben es geschafft, die Karnat-Installation zu erobern. Damit haben wir natürlich die Fähigkeit, wieder die SOS-Jäger zu bauen, in einer größeren Anzahl natürlich. Und ja, Alpha 2 wird hier hervorgehoben. Das ist dieser TET. Und ja, der wird jetzt auch quasi damit befördert in die Einheit von Charlie the Light. Wir waren ja jetzt Teil davon. Und ja, können weiter machen mit den Statistiken. Gucken, was wir in der Mission erreicht haben. Drei Abschlüsse, sechs Assists. Ja, wie gesagt, und zwar ein Anubis und zwei Arten. Immerhin zwei Kreuzer von vier, die es gab. Also eben so schlecht war es dann auch wieder nicht. Ja, und ja, das war es dann. Ja, insgesamt haben wir 39 Abschlüsse für den Charakter. Und ja, das war es jetzt mit dieser Mission. Accept the mission outcome. Yes. Neue Objekte gab es nicht. Kennen wir alle schon. Die Rasse haben wir kennengelernt in Ski-Vents seinerzeit. Klar, da kennen wir noch aus Silence of Red Reborn. Und deswegen, ja, gab es nichts Neues. Und damit ja, danke fürs Zusehen. Denkt natürlich an das Feedback und an die Bewertung. Und damit bis zum nächsten Mal.